Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung, vielen Dank für die Einladung. Sie haben gesagt, das Thema ist vielleicht etwas ungewöhnlich und gerade vielleicht auch der Untertitel und ich hoffe, dass ich jetzt auch mit dem Vortrag ein bisschen auch tatsächlich Vorurteile abbauen kann. Ja, gibt es jetzt sowas wie eine jüdische Theologie des Christentums? Das ist die Frage. Ja, so etwas in der Art gibt es schon. Es heißt nicht nur so. Es hat natürlich einen anderen Namen und es ist auch anders gewachsen und strukturiert, als man das vielleicht auf der christlichen Seite kennt. Und es hat auch andere Motivationen. Aber ich glaube, es sind einige Dinge wichtig, die ich eben heute Abend so ein bisschen beitragen möchte. Nämlich zum einen die Vorstellung, die Rabbiner hätten sich nie mit dem Christentum auseinandergesetzt oder hätten das auch nie gemusst, weil klar, wir wissen, das Christentum muss sich ja fast zwangsläufig, wenn es jedenfalls mehr über die eigene Religion und Identität wissen möchte, mit dem Judentum auseinandersetzen, mit der jüdischen Wurzel. Aber andersrum muss das nicht sein. Das ist richtig. Aber trotzdem natürlich mindestens seit eine gewisse Anzahl von Juden in christlichen Ländern gelebt hat, also seit mindestens mal ungefähr 1000 Jahren plus, haben sich natürlich auch immer wieder Rabbiner mit dem Christentum auseinandergesetzt, weil natürlich die Frage ist, was ist denn unser Status in diesen christlichen Gesellschaften und wer sind diese Christen, mit denen wir leben? Was ist deren Religion? Was schreiben die da im Neuen Testament? Und wahrscheinlich wären sie überrascht, dass tatsächlich die Rabbiner quasi zu jeder Zeit, mindestens eben seitdem, vor allem auch die ganz großen Rabbiner, sich tatsächlich mit dem Christentum auseinandergesetzt haben. Und nicht nur irgendwie oberflächlich, sondern es gibt viele Rabbiner und zwar namhafte, große Rabbiner, also ich rede jetzt nicht von vielleicht jedem Wald- und Wiesenrabiner irgendwo, aber auf jeden Fall auch die großen halachischen, also religionsrechtlichen Autoritäten haben sich mit dem Christentum auseinandergesetzt und noch mehr, auch mit dem Neuen Testament, mit Jesus, mit Paulus. Also da wäre jede Menge, die wir tatsächlich heute Abend diskutieren könnten. Jetzt kann ich natürlich nicht alles Ihnen zeigen und das wäre ein Riesenthema, aber was ich bringen möchte, ist eben, wie es auch schon im Titel angelehnt ist, die Diskussion machen, ist jetzt das Christentum nur avodasara? Ist das Götzendienst ein fremder Kult? Was ist das genau? Oder ist es eben mehr als das? Das heißt also tatsächlich um den theologischen Status von Christen und Christentum. Und da gibt es natürlich jede Menge Vorurteile, dass lange Zeit angeblich eben das Judentum nur gesagt hat, ja, die Christen, die sind alles Götzendiener wegen der Trinität, ja, und sonst haben wir da mit denen nichts zu tun. Und das Judentum hat sich dann angeblich nur mit sich selbst beschäftigt und sich nicht mit dem Christentum auseinandergesetzt. Und vielleicht erst seit kurzer Zeit beschäftigt man sich damit. Aber da kann ich Ihnen sagen, also das ist nicht so. Aber ich denke, das werden wir auch heute Abend sehen. Und die andere Frage ist sozusagen, warum nenne ich das auch eben Theologie? Weil sehr oft ist das tatsächlich, gerade im deutschsprachigen Raum, etwas, was mich stört. Übrigens nicht nur als Rabbiner stört, sondern auch als Wissenschaftler stört. Nämlich, dass es Beiträge gibt und dann heißt es zum Beispiel, das ist jetzt die theologische Sicht des Judentums auf Thema XY. Und dann schauen Sie sich den Artikel oder Beitrag an und Sie sehen, da kommen Quellen von Buber und Levinas und Benchorin und keine Ahnung, ja, alle möglichen Namen. Und nicht falsch verstehen, alles ganz interessante, spannende Persönlichkeiten und Quellen, und die da natürlich viel beizutragen haben. Aber keiner von denen ist Theologe oder war Theologe. Keiner einziger, kein Rabbiner dabei, keine rabbinische Quelle, keine halachische, also religionsrechtliche Diskussion, die geführt wird. Das heißt also, was ich gerne auch machen möchte, und das ist eben auch Teil meines Forschungsprojekts in Salzburg, ist eben auch gerade die theologische Seite zu beleuchten, also wirklich die religionsrechtliche Diskussion darüber, was eigentlich das Judentum ist, Entschuldigung, das Christentum natürlich aus jüdischer Perspektive ist, und wie das auch eben religionsrechtlich dann diskutiert und bewertet wird. Genau, ich hatte ein bisschen jetzt vorhin mit meiner PowerPoint-Probleme, aber ich glaube, jetzt gehen wir mal rein und schauen. Wie gesagt, vielleicht noch bevor ich mit der PowerPoint beginne, eben es gäbe viele Bereiche, über die man jetzt auch diskutieren könnte, im theologischen Bereich, eben zum Beispiel auch über die Person von Jesus und über Paulus, über die viel geschrieben wurde, diskutiert wurde. Aber was ich praktisch machen möchte, ist dieses Kernthema natürlich Götzendienst. Ja, was ist Götzendienst und was ist da das Christentum? Ist das Götzendienst oder kein Götzendienst? So, jetzt schauen wir mal. Okay, also ich glaube, es funktioniert. Ich hoffe, Sie können das alle sehen. Und genau, dann das erste Mal möchte ich eben eine Definition des Götzendienstes machen. Was ist überhaupt Götzendienst? Und das ist wichtig, weil oft meint man einfach, der Unterschied zwischen sozusagen einer anerkannten Religion und dem Götzendienst ist die Frage nach der Anzahl der Götter. Ja, und das heißt also, wenn man sagt, ein Gott ist Monotheismus, das ist gut, mehrere Götter, das ist Götzendienst und das ist schlecht. Aber das ist nicht das Zentrum sozusagen der biblischen, des biblischen oder auch talmudischen, damit rabbinischen Verständnisses von Götzendienst. Sondern wir sehen, und ich möchte jetzt einfach mal ein paar Beispiele aus der Bibel nehmen, in Zefa-Vaikre, in Levitikus, da heißt es, ihr sollt euch keinen Götzen machen, noch Bild, und sollt euch keine Säule aufrichten, noch keine Mahlstellen setzen in eurem Lande, dass ihr davor anbetet. Also Götzendienst ist etwas, wo man irgendwelche Bilder oder Figuren macht und diese Bilder und diese Figuren anbetet. Also im Gegensatz zu dem einen Gott. Dabei ist aber wichtig, wie der Psalm erklärt, die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Also eigentlich all diese Bilder und diese Figuren, das ist eigentlich völlig nichtig. Also wir wissen, da steckt kein Gott drin, das repräsentiert kein Gott, sondern das ist eben eigentlich nur ein Machwerk von Menschenhand, wie es hier im Psalmen heißt. Und sie können auch eigentlich nichts. Und da ist natürlich die Frage, Moment mal, was ist denn überhaupt der Zweck von Götzendienst? Warum gibt es das eigentlich? Wir wissen, das ist eigentlich sozusagen ein Lehrer, ein hohler Kult. Es steckt nämlich natürlich schon etwas dahinter, nämlich die Frage, wofür brauche oder vielleicht auch missbrauche ich den Götzendienst, also diesen Kult. Und wir sehen bei Jeremia zum Beispiel, aber es gibt natürlich viele andere Beispiele auch, wie man sieht, der Götzendienst ist nämlich immer mit einer bestimmten Einstellung, mit einer bestimmten Art des Lebens verbunden. Also Jeremia sagt, bessert euer Leben und euer Tun, also er kritisiert da die Eliten in Israel, die also von der jüdischen Religion abweichen und Götzendienst betreiben. Und was sollen sie jetzt machen? Bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr Recht handelt, einer gegen den anderen und gegen Fremdlinge, Weisen und Witwen keine Gewalt übt und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und Opfer dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und redet vor mich in diesem Hause, gemeint ist der Tempel in Jerusalem, haltet ihr denn dieses Haus, also den Tempel in Jerusalem, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle. Und da sieht man, Götzendienst ist also etwas, was ethisch und moralisch verwerflich ist. Und da sieht man also, darum geht es. Also darum hat man zwar diese Götzen, diese leeren Figuren, wir wissen eigentlich, das ist ein nichtiger Kult, aber es bedient einen Zweck, nämlich, das sieht man natürlich in der Geschichte des antiken Babylon oder des antiken Assyrien oder Ägypten oder egal, welche Kultur, auch übrigens die teilweise so hochgelobten Römer, dass wir eine pyramidenförmige Gesellschaft haben. Und dieser Götzendienst schreibt eigentlich die Ausbeutung von Menschen fest und die Unterdrückung und die Versklavung von Menschen. Darum geht es. Also das heißt, ganz oben ist eben der Herrscher, der gottgleich ist oder vielleicht selbst sogar Gott ist und dann die Priesterkaste und die Elite und dann unten vielleicht welche, die noch irgendwie Staatsbürger sind und dann der größte Teil dann unten, das sind Leute, die völlig rechtlos sind oder vielleicht sogar Sklaven sind und die dann einfach dienen müssen. Und das Ganze wird dann eben durch den Götzendienst verkauft als etwas, das eben einfach so göttliche Ordnung ist und sozusagen vom Himmel gegeben und man kann da eben nichts machen. Das Judentum ist gerade das Gegenteil. Das Judentum sagt, es gibt eben nur diesen einen Gott und dieser Gott kümmert sich um alle und jeder Mensch ist eben Bild Gottes erschaffen. Jeder Mensch hat damit also eine intrinsische Würde und Respekt, auch als Recht. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass jeder Mensch frei ist. Also kein Leben ist wertvoller als das andere. Und Gott ist eben gerade auch der Gott der Befreiung und der Freiheit und eben nicht der Unterdrückung. Also ganz im Gegenteil, er befreit die Juden aus der Sklaverei in Ägypten. Also es ist ein Freiheitsgott. Also das nur mal vielleicht, dass man überhaupt versteht, eigentlich was Götzendienst ist. Ja, das überspringe ich jetzt einfach mal. Jetzt ist die Frage, wie ist das eigentlich entstanden, dass der Götzendienst und der Rambam Maimonides, einer der ganz großen Gelehrten des Mittelalters in Spanien aus dem 12. Jahrhundert und natürlich heute auch noch immer noch einflussreich und rezipiert, sagt, in den Tagen des Enosch waren die Menschen in einem großen Irrtum befangen und Enosch selbst war weit von der wahren Einsicht entfernt. Man sagte, weil Gott die Sterne und Himmelssphären erschaffen hat, so geziemte sich wohl ihnen Lob, Ruhm und Ehrbezeugung zu spenden. Als nun dieser Gedanke in ihren Herzen aufstieg, fingen sie an, Tempel für die Sterne zu bauen, ihnen Opfer darzubringen, sie mit Worten zu loben und zu preisen und sich vor ihnen zu beugen, um auf diese Weise ihrer irren Meinung nach den Willen des Schöpfers zu vollziehen. Dies war nun der Ursprung des Götzendienstes. Also einfach mal bis dahin, also man sieht, in der Generation von Noah und dann auch später, da wussten die Menschen alle von Gott und eigentlich kannten sie Gott und beteten ihn an, aber dann durch sozusagen eher ein Unfall quasi gingen sie hinab in den Götzendienst, in diese falschen Systeme sozusagen und lehren Kulte. Und ich überspringe jetzt einfach mal und unten hier das nächste fettgedruckte. Weil uns aber Gott liebte und die Verheißung, die er Abraham zugeschworen erfüllen wollte, schuf er unseren Lehrer Moses, den größten aller Propheten, und übertrug ihm seine Sendung. Also das heißt, wir sehen, in dieser Götzendienerischen Welt, was machen wir jetzt? Die Menschheit hat sozusagen Gott vergessen und da kommt dann erst Abraham und wir wissen, er schafft die Grundlage, er geht eben raus, er geht auch physisch weg von zu Hause und von dem Götzendienst löst sich davon, sozusagen physisch und spirituell und erkennt Gott und dient Gott und aus ihm wird dann eben auch das jüdische Volk später natürlich entstehen und Mose bringt ihn ja auch zum Berg Sinai, dort haben sie die Offenbarung und sie werden dann ein Volk, was sozusagen Beispielvolk sein soll und hineinwirken soll zu den anderen Völkern, in zweierlei Hinsicht sozusagen, einmal gegen den Götzendienst, aber nicht gegen die Menschen, sondern sozusagen den Götzendienst bekämpfen und die Menschen zu sich näher ziehen. Also das ist auch symbolisiert in der Geschichte von Abraham mit den Fremden, Wanderern, die bei ihm vorbeikommen und die er in sein Zelt einlädt. Wer sollte denn da kommen? Natürlich Götzendiener, aber er wollte ihnen also Gott nahe bringen und sozusagen das, was gut ist. Jetzt mache ich mal einen Riesensprung ins Mittelalter, aber wie gesagt, jetzt habe ich so ein bisschen vielleicht wenigstens mal ansagen oder antönen können, worum es also geht beim Götzendienst und jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen, ja, wie ist das jetzt mit dem Christentum? Passt das da irgendwie rein oder passt das nicht? Warum fange ich jetzt eigentlich erst im 12. Jahrhundert nochmal an? Natürlich hier und da haben sich auch schon vorher Rabbine mit dem Christentum beschäftigt, aber es war nie so besonders wichtig, sozusagen vielleicht noch in dieser Ablösungsphase am Ersten, obwohl ich da kein großer Anhänger der These bin, dass da ein sehr großer Einfluss sozusagen in beide Richtungen geht, in dem Ablösungsprozess des Christentums, also der Frühkirche, aber das ist eine andere Geschichte. Aber später sehen wir auch zum Beispiel in den talmudischen Diskussionen, im Babylon in den ersten Jahrhunderten und dann auch die Zeit danach, da sehen wir, da gab es natürlich in Babylon selbst kaum Christen und die Rabbiner hatten dort eigentlich keinen großen Kontakt mit dem Christentum oder mit Christen und entsprechend ist auch wenig, was man finden kann im Talmud und auch später im Prinzip erst dann, wie gesagt, als vielleicht vor ungefähr 1000 Jahren, vielleicht etwas mehr, dann Juden auch tatsächlich in christlichen Ländern in größerer Zahl sich etablieren und dort Gemeinden gebaut werden, also zum Beispiel die berühmten Schumengemeinden im heutigen Deutschland, also Worms, Mainz, Speyer, dann beschäftigten sich auch die Rabbiner eben mit dem Christentum, weil so funktioniert auch Halakha, wenn es eben wichtig ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht jetzt der Rambam Maimonides damit um, weil wir wissen ja, er ist am Anfang in Spanien, später dann in Nordafrika, am Ende im Land Israel, aber immer unter muslimischer Herrschaft. Und er sagt zum Beispiel in seiner Response, die Ishmaeliten, also die Muslime, sind überhaupt keine Götzendiener. Und wenn jemand sagt, dass das Haus, das sie anbeten in Mekka, ein Haus des Götzendienstes ist, in dem ihre Vorväter dienten, dann macht das keinen Unterschied, denn die Beter, die sich dort heute verneigen, ihre Intention ist zum Himmel, in Bezug auf die Einheit Gottes irren sie in keiner Weise. Also die Muslime sind keine Götzendiener, ja, sie sind ein Mekka und vorher war das mal ein heidnischer Tempel, aber jetzt ist es ja für Gott und es ist derselbe Gott, das ist klar. Und sie haben eigentlich ein Monotheismusverständnis wie wir. Anders drückt er sich aus über die Christen. Da sagt er, die Christen sind Götzendiener. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil wir sehen, Maimonides sagt jetzt einfach mal, Christen sind Götzendiener im Gegensatz zu den Muslimen. Aber wenn man genau schaut, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Denn klassische Götzendiener in dieser Definition, wie wir sie ja vorhin schon gesehen haben, sind die Christen sicherlich nicht. Ganz im Gegenteil. Zum Beispiel in seiner Mishnah Torah, in einer anderen Stelle, Malachim schreibt da, letztendlich dienen alle Taten Jesu von Nazareth und jenem Ismailiten, also Mohammed, der nach ihm kam, nur dazu, den Weg für das Kommen des Messias und die Verbesserung der gesamten Welt zu bereiten und die Völker anzuspornen, gemeinsam Gott zu dienen. Die ganze Welt ist bereits mit der Hoffnung des Messias, der Torah und den Mitzvot, also den Geboten erfüllt. Das heißt, was Maimonides hier macht, ist interessanterweise in seiner Position zur messianischen Zeit bindet er Christen und Muslime ein. Das heißt also, Christen und Muslime sind sozusagen Wegbereiter für die messianische Zeit. Sie bereiten gemeinsam mit den Juden die messianische Zeit vor und sind damit natürlich, haben sie auch logischerweise Anteil an der jüdischen Heilsgeschichte und Heilserwartung und auch natürlich der Heilserwartung der Menschheit. Und das ist natürlich sehr spannend, Moment mal, also das wäre ja natürlich absurd, in diesem Sinne, wenn wir sagen, Gott würde jetzt tatsächlich Götzendiener dafür benutzen sozusagen, um seine eigene Lehre in der Welt zu verbreiten, denn darum geht es ja. Also das heißt, was haben denn nämlich Christen und auch Muslime geschafft? Sie haben letztendlich unsere Core Values sozusagen, also das, was eigentlich die Grundwerte des Judentums sind, das haben sie eigentlich in der Welt verbreitet. Ja, auch wenn sie vielleicht eine andere Glaubenspraxis haben, aber sozusagen das Wichtigste, das haben sie eigentlich mit auch übernommen und wir wissen natürlich auch gerade bei Christen, klar, dass sie auch die jüdische Bibel übernommen haben und so weiter. Also das heißt, irgendwie sind offensichtlich selbst bei Maimonides die Christen keine typischen Götzendiener und ich glaube, noch mehr wird das auch klar in der Responsa 149, da sagt er nämlich, den Christen ist es erlaubt, Torah und Gebote zu lehren, also dass wir ihnen das lehren, den Muslimen aber nicht, weil jene nicht an die Göttlichkeit der Torah glauben, also die Muslime, da macht es keinen Sinn, sie in Torah zu unterrichten, weil sie glauben nicht an die Göttlichkeit, wie sie sagen, der Koran, das ist sozusagen die göttliche Offenbarung, nicht die Torah. Die Unbeschnittenen aber, also die Christen, erkennen an, dass unser Text der Torah richtig ist. Sie weichen nur in ihren falschen Interpretationen und Bezügen ab, so dass man sie durch die Lehre der richtigen Bedeutung zur Buße führen könnte, aber selbst wenn nicht, wird ihr Studium den Israeliten keinen Schaden zufügen, weil das christliche Verständnis der Torah nicht unserer Torah widerspricht. Also ich glaube, das ist eine ganz starke Aussage, weil jetzt hier klar ist, natürlich sind die Christen keine Götzendiener für Maimonides in diesem Sinne, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen also die Christen und ihr Verständnis der Torah, also unserer heiligen Schriften widerspricht ja unserer Grundauffassung eigentlich nicht. Ja, sie interpretieren vielleicht manche Dinge anders, er sagt falsch, aber damit sind sie noch keine Götzendiener. Also was stört ihn tatsächlich und was ihn eben stört, ist die Trinität. Das ist für ihn ein Knackpunkt. Das heißt also, er setzt voraus, Maimonides, dass alle Menschen, auch Nichtjuden, die jüdische Auffassung von Monotheismus Monotheismus teilen müssen und halten müssen. Nur dann sozusagen ist es eine anerkannte Religion für ihn. Das bedeutet also, die Muslime machen das, die haben auch diese strenge, strikte Auslegung, wie wir das haben, aber eben die Christen haben das nicht und entsprechend sind die Christen eben für ihn. In diesem Sinne können sie keine Monotheisten sein, weil sie da noch irgendwas hinzufügen. Maimonides war sicherlich auch, das wissen wir, mindestens in Ägypten in der Kirche und wenn er da reingekommen ist in eine koptische Kirche, weiß ich nicht, ob sie da mal waren, dann ist es klar, da sieht man natürlich die koptische Kirche, die ist voller Statuen und Bildern und so. Das ist etwas, was sicherlich seinem Innersten widerstrebt hat. Und auch innerjüdisch ist er übrigens jemand, der gegen jegliche Körperlichkeit Gottes sich wendet, also gerade im kapalistischen, im mystischen Bereich sind es andere Rabbiner seiner Zeit, die da auch viel mehr in diese Richtung gehen und da lehnt er jegliche Körperlichkeit auch innerjüdisch in den Diskussionen ab und das zeigt sich dann eben auch als Ergebnis außerhalb. Das heißt, von den Werten beschreibt er die Christen oder auch Jesus zum Beispiel gar nicht so negativ. Also natürlich sagt er, klar, das ist kein Messias aus seiner Warte, aus seiner Definition, aber es ist ein Wegbereiter der messianischen Zeit eingebunden in die jüdische Heilsgeschichte, nur eben die Trinität, nur in Anführungszeichen, das ist etwas, was ihn stört. Und das hat er übrigens sicherlich interessanterweise und vielleicht fast ironischerweise natürlich, das ist ein Einfluss sicherlich von muslimischer Seite, denn das ist auch tatsächlich Grundsatz der muslimischen Theologie, dass eben die ganze Menschheit einen sehr strikten Monotheismus in deren Verständnis teilen muss. Das ist aber nicht unbedingt die jüdische Position. Und wir sehen jetzt als nächste Quelle die Barley Tosfot, das sind also Schüler und Enkelsöhne von Rashi, von dem berühmten Kommentator, auch im 12. Jahrhundert in Deutschland und Frankreich, auch diese Barley Tosfots sind in Frankreich und Deutschland und die diskutieren eben genau das, nämlich den Status des Christentums. Übrigens an einer Stelle, da würden sie es vielleicht gar nicht erwarten, könnte man ja meinen, wenn die Rabbiner sich da vielleicht mit dem Christentum auseinandersetzen, da geht es irgendwie um Glaubensdoktrinen oder so, überhaupt nicht, es geht um Wirtschaftsrecht. Warum um Wirtschaftsrecht? Weil, wären die Christen tatsächlich Götzendiener, hätten sie diesen Status im talmudischen und biblischen Sinne, dann wäre natürlich für die Juden Wirtschaftsbeziehungen oder generell auch soziale Beziehungen zu ihnen schwierig bis unmöglich. Jetzt ist aber die Frage, also wie bewertet man sie? Also jetzt gibt es da Gemeinden auch in christlichen Ländern und sie sehen also, sie werden eben nicht als Götzendiener definiert. Das heißt dort, gemäß Rabbi Jizrak ist es erlaubt, Christen einen christlichen Eid schwören zu lassen, das heißt also, wenn man jetzt eine Wirtschaftspartnerschaft oder einen Wirtschaftsabschluss macht mit einem Christen, damals gab es noch keine Wirtschaftsrechte, Wirtschaftsrecht sozusagen, wie man das heute hat, also hat man einfach Eide schwören lassen, aber was macht man, wenn jetzt ein Christ auf Jesus und auf das Neue Testament schwört? Ist das jetzt vielleicht eine Handlung des Götzendienstes? Ja, das wäre ja nicht erlaubt und da sagt Rabbi Jizrak in unseren Tagen aus anderen Gründen, nämlich da sie bei ihren Schriften schwören, die in heilig sind, bekannt als Evangelium, dass sie nicht als göttlich betrachten und auch wenn sie den Namen des Himmels erwähnen und dabei Jesus von Nazareth meinen, so nennen sie doch keine fremde Gottheit und mehr noch, sie meinen damit auch den Schöpfer des Himmels und der Erde und trotz der Tatsache, dass sie den Namen des Himmels mit einem fremden göttlichen Wesen verbinden, finden wir es nicht verboten, andere, also Nichtjuden, solches hinzufügen, Leschatev auf Hebräisch zu lassen. Ebenso ist es keine Übertretung des Verbotes, du sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn dieses Hinzufügen, Schittuf, ist für die Noachiden nicht verboten. Das heißt also, um das vielleicht kurz zu sagen, die tatsächliche Position der Rabbiner im Mittelalter war, die Christen sind keine Götzendiener, ja, sie haben mit der Trinität ein anderes Verständnis und sie fügen etwas unserem Monotheismusverständnis hinzu, aber es sind ja Nichtjuden, das heißt, das wäre für uns als Juden verboten, ganz klar, aber da sie Nichtjuden sind, ist es ihnen nicht verboten und sie können eine andere Art, eine andere Spielart sozusagen des Monotheismus haben und das ist in Ordnung, damit sind sie auch absolut anerkannt. Natürlich, möchte ich jetzt nicht verschweigen, natürlich gab es auch Polemiken im Mittelalter gegen Christen und das war teilweise auch sehr deftig, wurde da über Jesus und über Christen sich lustig gemacht und wurden das abgewertet, aber da darf man nicht vergessen, es gibt zweierlei Ebene, es gibt sozusagen, ich nenne das jetzt einfach mal salopp, die Stammtisch-Ebene oder eben die rabbinische theologische Ebene und ich würde sagen, eben die Polemiken, das ist eher auf der Stammtisch-Ebene, das sind also populistische Schriften, das sind keine in diesem Sinn religionsrechtliche Schriften, die hatten auch religionsrechtlich keine Relevanz oder sehr wenig Relevanz, aber natürlich in einer Zeit, in der Juden unterdrückt und diskriminiert auch verfolgt wurden von christlicher Seite, ist es klar, dass man da auch zu Polemiken gegen das Christentum neigt, aber die rabbinische Diskussion und die ist natürlich eigentlich relevant für die theologische Frage, für die religionsrechtliche Einordnung von Christen, die ist tatsächlich eine andere und findet auf einem anderen Level statt. Wir sehen jetzt, die Ballet Tosfort haben ja schon gesagt, die Christen, die fügen etwas zu, zu unserem Monotheismus, aber das ist immer noch irgendwie in Ordnung. Rabbiner Menachemiri von Perpignan schreibt um 1300 in seinem Kommentar zum Traktat zum Götzendienst Diskussionen des Talmuds Folgendes und sagt, es ist noch mehr, also das Christentum, da geht es nicht nur um die Frage, ist das okay mit der Art des Monotheismus, den sie haben, sondern wir haben eigentlich noch mehr Gemeinsamkeiten. Er sagt, es ist bereits gesagt worden, dass diese Dinge über die Zeiten, in denen es Völker von Götzendienern gab, gesagt wurden und sie waren in ihren Tagen verunreinigt und in ihren Veranlagungen beschmutzt. Also das ist ja Götzendienst, das war die Definition, die wir schon vorhin hatten, aber andere Völker, die durch eingeschränkt sind und die frei von solchem Makel des Charakters sind, im Gegenteil, sie bestrafen sogar solche Taten, sind zweifellos von diesem Verbot ausgenommen. Das heißt also, was er sagt ist, es ist ja eben eine ethisch-moralische Frage auch, ob es Götzendienst ist oder nicht. Und hier ist es ganz klar, und das sagt auch an anderer Stelle nochmal explizit, dass Christen und Muslime sind keine Götzendiener. Warum? Weil sie teilen ja auch die Werte, mindestens Grundwerte auch, die wir Juden haben. Sie sind also durch die Wege der Religion eingeschränkt oder sie haben Regeln in ihrer Religion. Also das heißt, es ist nicht wie im Götzendienst, wo die Mächtigen das einfach zu ihrem Vorteil irgendwie ausnutzen können, um damit Leute zu unterdrücken oder auszubeuten, sondern es gibt ganz klare Regeln, die für alle Menschen dieser Religion gelten. Also es heißt auf Hebräisch ja und es ist wichtig, es spricht auch von über Christen und Muslime, also wirklich von Religion und er sagt eben, die haben das eben, also Christen und Muslime, die haben tatsächlich diese ethisch-moralische Grundlage und sie bestrafen schlechte Taten und sie belohnen gute Taten. Also damit ist natürlich auf jeden Fall das Christentum kein Götzendienst. Und wir sehen im Laufe des Mittelalters und dann bis in die Neuzeit auch hinein, sehen wir, könnte ich viele Beispiele bringen, da wird das erweitert auch, zum Beispiel eben Josef Javetz, er sagt dann, die heutigen Völker, also Christen und Muslime, glauben an die Weltschöpfung, an die Erzväter, an die Göttlichkeit der Tora, an Hölle und Paradies, an die Auferstehung, ja, also jetzt sehen wir noch mehr Aufzählungen, wo man sieht, oh, da haben wir eigentlich sehr viel gemeinsam, ja, also da haben wir eine gemeinsame Wertebasis, da verbindet uns ja viel mehr als vielleicht jetzt nur der Glaube an den einen Gott, sondern da ist eine ganze Reihe anderer Dinge auch und da sagt noch, gepriesen sei der Ewige, der uns diese Hilfe gebracht nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, denn ohne diese würden wir Gott behüte im Glauben wanken geworden sein, wenn noch der Götzendienst wie in früheren Zeiten in der Welt wäre, also es ist gut, dass es auch andere Religionen mit solchen Glaubens Überzeugungen und auch mit Regeln auch gibt, auch mit Einschränkungen, Sonst, wenn wir als Juden die Einzigen wären, die unter Götzendienern leben müssten wie in der Antike, dann wären wir vielleicht schon wieder längst abgefallen, aber da unsere christlichen und muslimischen Nachbarn das eben sehr ähnlich sehen wie wir, brauchen wir uns keine Gedanken machen, da halten eben auch die Juden an ihrer Religion fest. Also es ist sogar sozusagen eine Art Win-Win, kann man hier sogar schon rauslesen. Jetzt mache ich nochmal einen großen Sprung in dieser Debatte und komme zu dem Khatam Sofer, zu Rabbiner Moshe Schreiber. Er war seit Anfang des 19. Jahrhunderts Oberrabiner von Pressburg, also später Poschonje auf Ungarisch oder Bratislava, heute auf Slowakisch, also heute die Hauptstadt der Slowakei. Damals hat es ja eben zum Königreich Ungarn gehört, in dieser Zeit zur österreich-ungarischen Doppelmonarchie, er war auch der, der die Pressburger Yeshiva zu einem wichtigen Zentrum jüdischen Lernens gemacht hat und übrigens auch reformiert hat. Er gilt als ein sehr strenger, frommer, orthodoxer und er schreibt in einem seiner Responsen, schreibt er, es ist offensichtlich, dass ihre, also die christliche Religionspraxis, ganz und gar Götzendienst ist. Jetzt kann man sagen, Moment mal, also die ganze Zeit, habe ich jetzt gesagt, eher die Rabbiner, und ich hätte viele Beispiele nennen können, sagen mindestens die Rabbiner im aschkenasischen Bereich, also das heißt unter den, in den christlichen Ländern, die meisten rabbinischen Autoritäten sagen, das Christentum ist kein Götzendienst und jetzt kommt er auf einmal Anfang des 19. Jahrhunderts und sagt, es ist Götzendienst. Wie passt das? Ich versuche, wie gesagt, wir haben natürlich, ich müsste da viel weiter ausholen, aber ich versuche es in kurz und knapper Version hier wiederzugeben. Das muss man natürlich immer entsprechend in einem Kontext sehen. Wir befinden uns in einer Zeit der Aufklärung und Emanzipation, also langsam fängt jetzt die Emanzipation der Juden an. Juden können in welcher Form auch immer sich in den Städten niederlassen. Sie können Staatsbürger werden, vielleicht noch Bürger zweiter Klasse auch in dieser Zeit, aber so langsam werden sie Teil auch der Gesellschaft, in der sie leben und sind nicht mehr unbedingt in einem eigenen Ghetto abgetrennt. Und in dieser Situation sieht der Khatam Sofer das Christentum, beziehungsweise eigentlich, man müsste sagen, die Mehrheitsgesellschaft und Kultur als eine Gefahr. Die sieht er als Herausforderung und sagt, wir müssen verhindern, dass sozusagen die Juden jetzt zu sehr in dieser Kultur und damit vielleicht auch Religion, der Gesamtgesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft sich integrieren, beziehungsweise sogar assimilieren und damit eben vom Judentum wegkommen. Sein eigener Sohn übrigens, der Khtaf Sofer, der dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, pardon, dann Oberrabbiner in Pressburg wird und auch Leiter der Pressburger Yeshiva, der sieht das übrigens ganz anders, der hat eine ganz andere Position. Warum? Weil er dann nicht mehr das Christentum als eine Gefahr sieht, sondern eher den Säkularismus und auch die jüdische Reform, also das heißt die innerjüdische Reform. Und ganz im Gegenteil, das Christentum wird dann sozusagen sogar ein Verbündeter, ein Alliierter. Warum? Wir wissen natürlich, die Kaiser von Österreich waren ja sehr katholisch und waren der christlichen Reform überhaupt nicht zugeneigt, sondern ganz im Gegenteil waren eben Verfechter auch des katholischen Glaubens und genauso hat dann zum Beispiel eben der Sohn von Khatam Sofer das gesehen, hat gesagt, das ist die richtige Einstellung, ja, der Kaiser ist gegen christliche Reform, wir sind gegen die jüdische Reform, er möchte gern, dass der christliche, katholische Glaube bleibt und wichtig ist, wir wollen, wollen, dass der jüdische Glaube bleibt, ja, also das ist sozusagen wirklich eine Art Verbündeter in diesem Sinne. Trotzdem, wie gesagt, gibt es auch an anderen Orten, wie jetzt zum Beispiel in Litauen, Rabbiner Josef Dov Solovejcik, der ältere, also es gibt später, da werden wir noch sehen, auch einen Rabbiner Josef Dov Solovejcik in den USA, in Boston, das ist der Enkel oder Urenkel, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, das ist der Urenkel von diesem Rabbiner, ja, der trotzdem der ganzen Sache sozusagen nicht traut, jetzt mit der Emanzipation und der gesellschaftlichen Teilhabe und auch auf diese Art und Weise eben kritisch gegenüber dem Christentum ist. Warum? Weil natürlich das Christentum, die Kirche, eigentlich all die positiven Ansätze von jüdischer Seite nicht aufnimmt, sondern die Kirche bleibt bei ihrer Ablehnung, mindestens im theologischen Bereich, in ihrer anti-jüdischen Theologie und teilweise sicherlich auch darüber hinaus ablehnend dem Judentum und den Juden gegenüber verhaften. Also könnt ihr auch denken, vielleicht mit der Emanzipation würde sich das ändern, aber das passiert nicht, da komme ich gleich nochmal dazu. Und er sagt, auch im Exil Esaus wird er, das heißt die Christenheit Europas, sich in diesen beiden Weisen ebenso mit Israel verhalten, wie er es mit Jakob tun wollte. Also er nimmt die Esau-Jakob Geschichte, ja Esau steht für das Christentum, Jakob für Israel, für das Judentum, denn in der frühen Phase des Exils wird er böse Dekrete erlassen, einschließlich gewaltsame Bekehrung und Verfolgung und er wird Krieg mit ihnen führen und sie ausrotten wollen, aber Gott in seiner Barmherzigkeit wird sie nicht verlassen. Am Ende des Exils wird er sagen, dass er in Frieden mit Jakob leben möchte und seine Absicht dabei ist, Israel vom Dienst an Gott zu distanzieren und sie von ihrem Glauben abzubringen, denn am Ende werden auch sie, die Nichtjuden, gute Grundsätze aus dem Glauben Israels annehmen und sie werden dementsprechend an einen Schöpfer und an die Göttlichkeit der Tora und an Belohnung und Strafe glauben und sie wünschen, dass auch Jakob die Juden einige Zugeständnisse macht und stattdessen einige der Wege dieser Welt annimmt, um sich mit äußeren Wegen und Angelegenheiten zu beschäftigen, dass sie sich nicht ausschließlich der Tora wenden. Also er meint, das ist sozusagen so ein bisschen ein Trick, ja, also das heißt, wenn jetzt wir auf einmal Teilhabe an der Gesellschaft haben, sich auch die christliche Seite, die christliche Gesellschaft öffnet, dann ist das aber nur eine Art Trick, weil vor haben sie versucht, uns mit Gewalt zu bekehren, jetzt versuchen sie sozusagen über die, auf die nette Tour, um das mal so salopp zu formulieren, aber das Ergebnis ist eigentlich dasselbe, also sie wollen eigentlich das Judentum auch auf diese Art und Weise dann eben beenden, wenn jetzt nicht gewalttätig, aber dann so doch eben sozusagen im spirituellen, im geistigen Sinne. Ganz falsch lag natürlich der Rabbiner Soloveitchik nicht, weil wir wissen, es gab natürlich eine virulente sogenannte Judenmission, das heißt also eine christliche Mission gegenüber Juden, die sich auch gegen Antisemitismus eingesetzt hat, die teilweise sehr positiv über Juden gesprochen hat, aber die natürlich damit versucht hat, Juden zur Taufe zu bewegen und natürlich auch entsprechend im Theologischen natürlich weiter antijüdische Thesen vertreten haben. Übrigens vielleicht nur ein ganz kurzer Ausblick, ich habe eigentlich vor allem jetzt natürlich orthodoxe Rabbiner, die ich nenne, aber ich möchte auch nochmal gerne einen liberalen Rabbiner mit reinnehmen, Leo Beck von 1929, wo wir auch sehen, Leo Beck war im Theologischen eher in dieser kritischen Seite, also eher in dieser Linie mit dem Khatam Sofer oder mit Rabbiner Soloveitchik und nicht eher mit diesen Positionen, die sich positiver geäußert haben über das Christentum. Er sagt vor der alten Religiosität des Gottvertrauens und des Gehorsams gegen Gottes Gebot, ja an ihrer Stelle steht somit hier das Mysterium des Weltheilands, welches alles besagt und alles gibt, nur wer sich ihm zuwendet, ist der Gläubige und ist das Glied der Gemeinde und nur der wird es zu eigen, dem die Sakramente der Taufe und des Abendmahls zuteil werden. In ihnen wird das Mysterium wirklich und dinglich dargereicht, sie sind mehr und ein ganz anderes Symbol als ein Zeichen der Erinnerung und der Hoffnung. Sie sind ein sachliches und ein wesentliches, das ergreifbare Mittel der Erlösung der Vereinigung mit dem Heiland. Wer sich gläubig durch sie mit dem Christus verbindet, ist dadurch des Gnadenwunders teilhaft. Inhalt der Religion sind nunmehr Mysterium und Sakrament, ein Glaube und ein Tun, die von dem völlig verschieden sind, was der Gemeinde Jesus ihre Frömmigkeit innerhalb des Judentums gewesen war. Jetzt, wo dort in der Kirche der Christus neben den einen Gott gestellt Gottheit geworden war, trat hier der ganze Sinn der Einigkeit und Einzigkeit Gottes, der ganze Werte strengen Monotheismus in das Bewusstsein. Also das heißt, er beschreibt hier, was sind die entscheidenden Übergänge dann mit Paulus und die Trennung sozusagen von Christentum und Judentum. Jesus selbst war und seine Jünger frommer Jude und war im Judentum verhaftet und er hatte also auch eine Religion der Vernunft und des Universalismus, aber durch Paulus und andere dann wurde sozusagen auf einmal nur mehr Mysterium und Sakrament und nur Glaube und Gnade, solche Dinge wichtig. Das kam aus dem Griechischen und sonstigen sozusagen von außen, auch vom Heidentum mit hinein und wurde da gemischt und damit wurde auch der Monotheismus verwässert und er sagt sogar, also wo dort jetzt Christus neben den Gott gestellt ist, da wurde er Gottheit und auf der anderen Seite, also im Judentum, war die Einigkeit und Einzigkeit Gottes der strenge Monotheismus. Also er spricht das jetzt so nicht direkt aus, aber er knüpft jetzt fast, muss man sagen, an den Rambam, ein Mein Monotheist eigentlich an und sagt in dieser Sicht sogar, Christen sind Götzendiener, also ganz spannende Position, das heißt also, Jesus ist gut und jüdisch, ja, aber hat eigentlich gar nichts mit dem Christentum zu tun und der eigentliche Begründer des Christentums, Paulus und dann die späteren, das ist alles irgendwie nur noch irgendwie verwässert und dann natürlich eben mit dem Heidentum gemischt und da wird auf einmal nur noch mit Mysterium und Gnadenwunder und sowas, also damit ist es eben entsprechend sozusagen etwas Negatives. Jetzt kommen wir aber zu positiven Positionen auch und die dann auch tatsächlich den Diskurs dominieren. Die erste, was ich vorstellen möchte, ist von Rabbiner Jakob Emden, er war Oberrabiner von Hamburg und Altona, das waren damals noch zwei verschiedene Städte. Hamburg, Wandsbeck war, hat zu Deutschland gehört und Altona gehörte zu Dänemark, also er war sozusagen auch noch der Oberrabiner von Dänemark damit und Rabbiner Emden war nicht nur ein ganz wichtiger und entscheidender Rabbiner seiner Zeit, das heißt also wahrscheinlich die größte religionsrechtliche Autorität, sondern er war auch oder ist noch bis heute eine ganz wichtige religionsrechtliche Autorität, das heißt, was er also sagt, hat tatsächlich hatte Gewicht und hat und es ist, glaube ich, auch noch deshalb interessant, weil er ist ein sehr, war ein sehr frommer Traditionalist, aber auf der anderen Seite hat er viele Leute auch inspiriert, also seine Schriften, er hat einen Brief verkehrt, zum Beispiel mit Moses Mendelssohn und Mendelssohn hat ihn sehr verehrt, hat auch ihn um rabbinischen Rat gebeten in verschiedenen Dingen, also um halachische Entscheidungen, er hat auch dann eben später auch liberale Denker, Philosophen wie Cohen und Buber und andere auch, also Hermann Cohen, Martin Buber beeinflusst, also eine sehr spannende Figur und er verfasste Mitte des 18. Jahrhunderts ein sogenanntes Sennschreiben, da ging es eigentlich um eine Sekte innerhalb des Judentums, den Sabbatismus, aber es ging auch eben um das Christentum und er schreibt dort folgendes, die Autoren der Evangelien wollten nie sagen, dass Jesus kam, um das Judentum abzuschaffen, sondern nur, dass er kam, um von dieser Zeit an eine Religion für die Heiden zu gründen. Sie war auch nicht neu, sondern wirklich uralt, es sind die sieben Gebote der Söhne Noas, die vergessen wurden. Die Apostel Jesus setzten sie dann neu ein. Jedoch sind diejenigen, die als Juden geboren oder als Konvertiten zum Judentum beschnitten wurden, verpflichtet alle Gebote der Tora ohne Ausnahme zu befolgen. Also vielleicht mal bis dahin, das heißt, sein Verständnis des Christentums und der Anfänge des Christentums ist, dass Jesus und die Autoren nicht etwa das Judentum abschaffen wollten, sondern ganz im Gegenteil haben sie immer gesagt, und er begründet das natürlich auch, ich habe das jetzt weggelassen, zum Beispiel mit dem Matthäus-Evangelium und anderen Evangelien, also man sieht, er hat das Neue Testament sehr gut gekannt und es sozusagen sein Kommentar zum Neuen Testament, also auch das ist nichts Neues, dass sich Juden jetzt mit dem Neuen Testament auch auseinandersetzen, also das hatten wir, wie gesagt, auch schon vor 300 Jahren, auch schon früher, wir hatten es also sogar schon in der Zeit der Renaissance. Ja, und wir sehen also, er sagt also, dort steht ja drin, dass auch Jesus sagt, die Gesetze gelten und kein Jota soll man abweichen, das ist sozusagen gemeint von den Juden, die jüdisch geboren sind, die müssen also alle Gebote nach dem jüdischen Verständnis halten und dann macht er eine neue Religion für die Heiden, das heißt also, er wendet sich sozusagen zu mit einer neuen Religion, um die Heiden von ihrem Götzendienst wegzubringen und zu verpflichten auf die sieben jüdischen Gebote. Wenn sie nicht wissen, was das ist, muss ich vielleicht nachher noch erklären und deshalb sagt er, es ist auch nicht neu, weil das Konzept gibt es und das ist eigentlich das, was sozusagen letztendlich auch Paulus gemacht hat, ja, also das heißt, es geht hier um einen Religionspluralismus zum Vorteil von allen, also Judentum soll einfach bestehen, es kommt etwas Neues dazu und was ist sozusagen das Neue, warum musste jetzt Jesus da sozusagen diesen Outreach machen zu den Heiden, da lesen wir weiter, Jesus ließ der Welt eine doppelte Güte zuteil werden. Einerseits stärkte die Tora von Moses in majestätischer Art und keiner unserer Weisen sprach jemals nachdrücklicher über die Unveränderlichkeit der Tora, also die Tora gilt und das Judentum gilt, andererseits beseitigte er die Götzen der Völker und verpflichtete die Völker auf die sieben Neuridischen Gebote, sodass sie sich nicht wie wilde Tiere des Feldes aufführten und brachte ihnen grundlegende moralische Eigenschaften bei und in dieser Hinsicht war er bekanntlich viel strenger mit ihnen als die Tora von Moses. Also das heißt, das ist auch der zweite große Erfolg auch und das, was er als Güte bezeichnet, Rabbiner Emden, nämlich dass es Jesus geschafft hat, das Heidentum, dieses Götzen, diesen Götzendienst zu überwinden und sie mit einer neuen Religion, einer altneuen Religion sozusagen den einen Gott nahe zu bringen und natürlich auch die ethisch-moralischen Grundlagen damit und wir wissen, so sagt er es, naja eigentlich die christliche Bibel in vielerlei Hinsicht ist sogar strenger als unsere Tora. Also da meint er zum Beispiel, wenn es beispielsweise um Scheidung geht oder solche Dinge, da wissen wir, die christliche Sicht ist tatsächlich sozusagen strenger als die jüdische Sicht. Und Rabbiner Emden geht ein bisschen weiter und wendet sich dann an die Christen und sagt, warum gab es dann aber Probleme eigentlich zwischen Juden und Christen? Eigentlich sollten die doch natürliche Alliierte sein und so sieht es übrigens auch Rabbiner Emden in seiner Zeit. Vergessen wir nicht, das ist auch die Zeit der Aufklärung Mitte des 18. Jahrhunderts. Das ist eine Zeit, in der mindestens in den intellektuellen Kreisen auf einmal eine antireligiöse Stimmung eigentlich sich breit macht. Das heißt also jetzt gilt nur noch Vernunft und die Religion, die sollte am besten eingegrenzt oder vielleicht sogar abgeschafft werden. Und da ist natürlich auch in diesem Sinne, glaube ich, Emden interessiert, dass es sozusagen ein gutes Miteinander auch von Christen und Juden gibt, von religiösen Christen und religiösen Juden. Und er sagt also, warum gab es eigentlich die Probleme? Wegen fehlgeleiteter Gelehrten. Wegen dieser fehlgeleiteter Gelehrten, also das heißt der Kirchenväter und dann auch später der Kirchenführer, hat der Hass auf die Juden zugenommen, die schuldlos sind, erfüllt von Gottesfurcht. Sie, also die Kirchenführer heute, sollten stattdessen ihr Volk dazu bringen, die älteren Kinder Israels zu lieben, die ihrem Gott treu bleiben, wie es den Christen von ihren ursprünglichen Lehrern befohlen wurde. Sie sagen sogar, man solle seine Feinde lieben. Um wie viel mehr uns? Im Namen des Himmels, wir sind eure Brüder. Ein Gott hat uns alle erschaffen. Wir beten für das Wohl der ganzen Welt und besonders für das Wohl der Länder, in denen wir leben, die uns und die Einhaltung der Tora schützen. Ihr Mitglieder des christlichen Glaubens, wie gut und angenehm wäre es, wenn ihr das befolgt, was von euren ersten, was euch von euren ersten Lehrern angeordnet wurde. Wie wunderbar ist euer Anteil, wenn ihr den Juden bei der Einhaltung ihrer Tora helft. Ihr werdet eine Belohnung erhalten, als hättet ihr sie selbst erfüllt. Mal bis dahin, das langt jetzt schon. Also wir sehen eine ganz große, sozusagen Offenheit und positive Bewertung von Jesus und auch dem Christentum. Er spricht hier von von Brüdern, man würde heute vielleicht sagen Geschwister. Ja, er sagt, ein Gott hat uns alle erschaffen. Wir beten für euer Wohl und praktisch ihr helft uns in der Einhaltung unserer Tora und wir werden euch bei der Erfüllung eurer Religion auch unterstützen. Ja, also das ist eine sehr geschwisterliche, partnerschaftliche Beziehung, die sich Rabbiner Emden wünscht. Das überspringe ich jetzt mal und komme zu Rabbiner Samson Raphael Hirsch. Rabbiner Samson Raphael Hirsch war der wichtigste, einflussreichste orthodoxe Rabbiner im 19. und sicherlich auch mindestens noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Er ist Begründer der sogenannten Neo- Orthodoxie, also das, was wir heute modern orthodoxes Judentum nennen. Und er wird beeinflusst unter anderem eben auch von Rabbiner Emden, von anderen Rabbinern zuvor, auch von Mose Mendelssohn übrigens und hat eine ganz universelle, universalistische Weltsicht, die sich auch in seinem Thora-Kommentar auch zeigt. Ich könnte da ganz viele Beispiele bringen. Unter Zeit muss ich mich natürlich etwas knapper halten. Und wichtig ist, glaube ich, eben im Laufe des 19. Jahrhunderts, auch gerade in der zweiten Hälfte mit der Emanzipation, hat wirklich Rabbiner Hirsch und man könnte sagen, damit natürlich auch die deutsch-jüdische Orthodoxie, die Vision und die Hoffnung von einer Symbiose von, was man damals nannte, Deutschtum und Judentum. Ja, also dass das zusammenkommt, das Beste sozusagen aus der deutschen Kultur und Bildung und trotzdem, dass man natürlich frommer Jude bleibt und dass man aber Teil auch der Gesellschaft wird und in der Gesellschaft natürlich auch seine Rolle annimmt und produktives Mitglied der Gesamtgesellschaft wird. Und er dachte, wenn man jetzt eben staatsbürgerlich mindestens auf dem Papier die Gleichheit errungen hat, dann wird das eben auch in der Religion passieren, dann wird das eben auch einen theologischen Dialog auf Augenhöhe mit den Kirchen geben. Und er war unheimlich optimistisch. Leider wissen wir, es hat nicht geklappt. Es hat im 19., Anfang 20. Jahrhundert nicht geklappt. Die Kirchen haben diese Rabbiner überhaupt nicht rezipiert. Sie haben ihnen nicht geantwortet. Sie hatten jede Art des Dialogs abgelehnt mit bestimmten neuen Formen, auch von liberalen Denkern und der Universität und auch der historisch-kritischen Methode, hätte man denken können, vielleicht hilft das zur Überwindung von bestimmten anti-jüdischen Stereotypen, auch in der Bibelexegese oder ähnliches. Aber ganz im Gegenteil, es hat eher noch zu einer Verschärfung geführt, der anti-jüdischen Bibelexegese. Und dann wissen wir natürlich, kam ja später noch die Katastrophe der Shoah und vorher natürlich auch schon des Antisemitismus. Also all diese Vision hat sich halt leider nicht bewahrheitet, erst eben später, erst in unserer Zeit. Gut, aber bleiben wir hier. Was schreibt er da in seinen 19 Briefen von Anfang des 19. Jahrhunderts aus den 1830ern? Da sagt er, findet Israel nicht sein Ziel in all Verbrüderung der Menschheit, wird nicht fast auf jeder Seite selbst unsere heutigen Gebete um Förderung dieses Zieles gefläht. An einem großen Bau arbeiten wir alle, alle Völker, alles beitragt zu einem Bau der Menschheit, alle hinauf erzogen zu einem Gott. Also ich glaube, dass den jüdischen Universalismus kann man, glaube ich, nicht schöner ausdrücken. Das habe ich jetzt leider hier nicht drin. Er sagt auch, dass die Erwählung oft falsch verstanden wurde. Das heißt ja nicht, dass wir etwas Besseres wären oder dass Gott sich nicht für andere Völker interessiert oder andere Religionen, sondern es bedeutet nur, dass wir eben zu Gott verpflichtet sind. Ja, das bedeutet die Erwählung, sondern wir wollen den Universalismus, ja, wir wollen sozusagen den gemeinsamen Bau voranbringen. Also Gott wollte einen Pluralismus bei den Völkern, in den Kulturen und damit natürlich auch in den Religionen. Jeder hat seine eigene Praxis der Religion, jeder hat seine eigene Überzeugung, aber alle wollen wir die eine Richtung, das eine Ziel, nämlich hinauf erzogen zu einem Gott und wir haben einfach nur unsere verschiedenen Wege dahin, aber wir sollen gemeinsam das eigentlich stemmen in die Richtung. Und wie es jetzt der halachische, der religionsrechtliche Status der Christen, da sagt er in einem anderen Werk, nicht jüdische Menschen, aber die von der Bibel gelehrten Gottes, Himmels und der Erde erkennen und sich zur Erfüllung aller allgemeinen menschlichen Pflichten, wie des Verbotes, des Mordes, des Diebstahls, der Unkeuschheit etc. verpflichtet bekennen, die stehen nach der Lehre des Talmud hinsichtlich der Pflichten von Mensch zu Mensch, dem Juden völlig gleich und haben den Anspruch nicht nur auf alle Pflichten der Gerechtigkeit, sondern auch auf den Erweis tätiger Menschenliebe. Überhaupt sind wohl die Weisen des Talmuds die einzigen Lehrer einer Religion, die nicht sagen, außer unserem Bekenntnis kein Heil, sie vielmehr lehren die Gerechten aller Völker, haben Anteil an der ewigen Seligkeit. Also damit sagt er natürlich, die Christen sind sicherlich keine Götzendiener, sondern sie gehören zu den Gerechten der Völker. Sie sind den Juden in dieser Welt völlig gleich und sogar sie haben einen Anteil an der ewigen Seligkeit. Also Christen müssen ja nicht mal jüdisch werden, um selbst in der kommenden Welt ihren Anteil zu haben in der Erlösung, in der Heilsgeschichte Israels. Da sind sie dann automatisch auch mit eingebunden, weil eben er sagt, unsere Rabbiner und wir sagen nie, dass es keine Religion und keine Wahrheit außerhalb des Judentums gäbe. Das gibt es natürlich, das ist eben so ja angelegt in der Tora und wird dann auch im Talmud entsprechend weiter nochmal erklärt. Interessant finde ich auch noch, dass er sagt, sie haben nicht nur Anspruch auf die Pflichten der Gerechtigkeit, sondern auch den Erweis tätiger Menschenliebe. Also das heißt, wir sollen auch aktiv, da steckt Aktivität drin, ja. Wir sollen also nicht nur passiv sozusagen die anderen so akzeptieren, ja, sondern wir sollen aktiv sozusagen auf sie zugehen und sie sozusagen überzeugen. Gut, das lasse ich jetzt einfach mal, gehen wir weiter. Die nächste Quelle auch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ist von Rabbiner David Zwiehoffmann. Er wird später Rektor des Rabbiner, des orthodoxen Rabbiner-Seminars in Berlin und er macht eigentlich so etwas wie die erste systematische Theologie des Christentums aus jüdischer Sicht in seinem Werk der Schulchaner Ruch und die Rabbinen über das Verhältnis der Juden zu Andersgläubigen. Und das sind natürlich hunderte Seiten, aber ich möchte einfach mal aus der Schluss, aus der aus der Conclusio sozusagen zitieren und da sagt er, selbst die theoretischen für die Praxis ganz unschändlichen Fremdengesetze wollten die Rabbinen ihren Landsleuten gegenüber von Mitbürgern, konnte ja bis in unsere Zeit nicht die Rede sein, nicht dulden und so stellten sie allen voran und am entschiedensten Rabbiner Menachem Iri schon im 13. Jahrhundert die These auf, dass alle, jede Gesetze nur die barbarischen Heiden galten, aber gegen zivilisierte Christen und Mohamedanern, also den Muslimen, ganz so zu verfahren sei wie gegen die Israeliten und diese These war unanfechtbar. Die Gäumen des Talmuds sind stets nur heidnische Römer und Perser. Was liegt nun näher als die Lehre, dass die alten fremden Gesetze gegen die Monotheisten keine Geltung haben? Diese Ansicht wurde nach und nach die im Judentum Alleinherrschende, besonders seit dem 17. und 18. Jahrhundert, seitdem durch den Einfluss des Rabbiner Mose Isserles ganz Israel sich zu der Ansicht bekannte, dass das Judentum gar keinen Grund habe, dem Christentum feindlich gegenüberzustehen, danach den Grundsätzen der christliche Kultus für Nichtjuden gar nicht verboten sei und der fromme Christ der ewigen Seligkeit teilhaftig werde. Also ich glaube, da braucht man nichts mehr hinzufügen. Ich denke, das ist sehr klar. Das heißt also, er sagt ja ganz klar, das Christentum ist natürlich kein Götzendienst, sondern ganz im Gegenteil. Fromme Christen werden auch an der ewigen Seligkeit teilhaben. Und er sagt, das ist mindestens seit Rabbiner Mose Isserles so. Das war der Co-Autor vom Schulchaner Hoch, eines der wichtigsten religionsrechtlichen Werke. Und da wird eigentlich das, was die Bale Tosfot schon im Mittelalter sozusagen geregelt haben, das wird dann eigentlich mehr oder weniger dort auch zitiert und wird sozusagen, wenn man das so möchte, integriert in das jüdische Religionsrecht. Das jüdische Religionsrecht gibt es natürlich sowieso nie, das ist klar. Aber es ist ganz ähnlich. Und er sagt dann, ob einige spätere Rabbinen auch die Christen für Götzendiener hielten, ist für das Judentum ganz gleichgültig. Also spielt keine Rolle. Es ist das religionsgesetzlich ebenso maßgebend wie der Umstand, dass in manchen mittelalterlichen rabbinischen Schriften Österreich, also das ist jetzt ein Bezug zu ihnen, Österreich Eretz Hadamim, das Blutland genannt wird. Und doch hat heute jeder Jude die wärmsten Sympathien für Österreich und das erlauchte österreichische Herrscherhaus. Das Österreich von jetzt ist eben nicht das Österreich von damals. Also das heißt, ja, es gibt Rabbiner, die haben mal irgendwann aus dem Mittelalter schlecht über Österreich geschrieben und das ist Blutland genannt, weil dort viele Juden umgebracht wurden. Aber das hat ja nichts mit dem Österreich von heute zu tun. Und auch wenn vielleicht irgendwelche Rabbiner mal in irgendwelchen Zeiten Christen für Götzendiener gehalten haben, hat das nichts mit heute und unserer Situation zu tun. Und das Christentum hat sich seit Rabbiner Josef Karwin gar nichts geändert und das Urteil der Juden über die heutigen Christen soll von dem über die mittelalterlichen Christen um kein Haarbreit abweichen. Dies glaube, wer da will, wir glauben es nicht. Also das ist von daher spannend, weil er eben da auch zeigt, natürlich konnte man auch im Mittelalter zu anderen Ergebnissen über die Christen kommen, weil man natürlich ja gemerkt hat, wie sehr die Christen uns verfolgen, also gar nicht eigentlich ihr eigenes Christentum halten und uns sogar im schlimmsten Fall auch ermordet haben. Heute sagt er, aber ist das ja nicht mehr. Wir sind ja hier gleichberechtigte Staatsbürger, wir sind ja anerkannte Religion. Also das ist eine andere Situation und mindestens jetzt ist für uns sowieso klar, dass das Christentum entsprechend anerkannte Religion ist. Das gebe ich jetzt einfach mal weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert während und nach der Shoah, weil das hatte natürlich nochmal einen Riesenschnitt sozusagen in den Beziehungen zwischen Christen und Juden, weil bis anhin, sagen wir mal, gab es natürlich Antisemitismus und es gab auch eine antijüdische christliche Theologie, aber die Shoah und die Verfolgung, systematische Verfolgung und Ermordung von Juden, hat natürlich nochmal einen ganz anderen Riss gebracht zwischen Christen und Juden und viele Gemeinden auch in Europa, wo ja all das herkam, über das ich jetzt hier gesprochen habe, wo ja auch die Zentren sozusagen der jüdischen Gelehrsamkeit waren, die wurden ja auch oft vernichtet während der Shoah. Jetzt in dieser schlimmen Zeit, 1940 gab es einen Vortrag von Rabbiner Zwieheim Taubes, dem Oberrabiner von Zürich, aber er ist übrigens verbunden mit Österreich, weil er hat an der Uni Wien studiert, sein ältester Sohn ist in Wien zur Welt gekommen, das ist Jakob Taubes, haben Sie vielleicht schon den Namen gehört? Also das ist der Sohn von Rabbiner Zwieheim Taubes und er hat auch seine Rabbiner Ausbildung in Wien gemacht unter Rabbiner Chayes und er war dann, jetzt bin ich am überlegen, an einer der Synagogen im zweiten Bezirk war er dann auch Rabbiner, vorher auch zwischenzeitlich in Baden kurz und dann 1936 oder ab 1936 wurde er Oberrabiner von Zürich. Aber wir sehen also eine österreichische Verbindung gibt es auf jeden Fall. Übrigens ein Thema der Dissertation von, falls Ihnen das nicht bekannt ist, von Rabbiner Chayes war übrigens das Dissertationsthema das Markus-Evangelium und von Rabbiner Taubes war das Dissertationsthema Jesus und die Halacha, also Jesus und das jüdische Religionsgesetz. Also wir sehen, da ist schon eine Affinität. Und im zweiten Weltkrieg macht er einen Vortrag zum Thema den Gemeinsamkeiten von Judentum, Christentum und Islam. Und das ist ein wunderbarer Vortrag. Es gibt ein Essay dann, den er dazu geschrieben hat. Ich kann leider nur wirklich einen ganz kleinen Teil herausnehmen. Und wir sehen, ich will es eben diesen Teil nehmen in Bezug auf den Götzendienst. Und er sagt, der Rassismus ist daher ein Versuch, der Untergangsstimmung entgegenzutreten durch eine neue Verwurzung in der Rasse und eine Hinwindung zur Macht, indem er alles durch das Prisma des Existenziellen sieht. In dieser Übertreibung liegt seine Zerbrechlichkeit, doch bedeutet dieser Versuch eine Schicksalsfrage für die Welt, zumindest für das Abendland. Der Rassismus in seiner dynamischen Aufmachung ist gewiss nicht alleine eine Frage der letzten Entscheidung für ein Volk, also für das jüdische Volk, sondern eine Existenzfrage des Abendlandes. Da der im krassen Gegensatz zur Religion steht, ist er auch nicht an ein bestimmtes Land gebunden, sondern findet überall dort Zündstoff für seine dynamische Ausbrüche, wo die Religion des Abendlandes im Versickern ist. Da sein Kampfplatz trotz der beabsichtigten Täuschung nicht der Nationalismus, sondern die Religion ist. Es handelt sich um einen Kampf des Baal gegen den wahren Gott. Das ist eine ganz wichtige zentrale Aussage. Israel wollte die heidnischen Völker nie besiegen, sondern sie trösten und ihnen neue Lebensströme zuführen. Das Christentum hat somit Tote wieder lebendig gemacht und absterbende Völker zu neuem Leben. Das heißt also, natürlich müssten wir jetzt noch weitergehen mit dem, wie er das Christentum zeigt, aber was er sagt ist, das Christentum hat erneuert und hat Leben geschenkt. Die heidnische Kultur des römisch-griechischen Kulturkreises war eigentlich am Untergehen. Diese Völker waren am Absterben und genau in dieser Situation sozusagen hat Gott über Jesus und über das Christentum sich diesen Völkern offenbart, um eben sie zu neuem Leben zu bringen, um ihnen neue Lebensströme zuzuführen. Und es war nie Absicht des Judentums, heidnische Völker zu besiegen, sondern nur das Heidentum, ja, nicht die Menschen. Und das heißt also nicht, dass Christentum ist Götzendienst, überhaupt nicht ganz im Gegenteil, das Christentum ist unser Verbündeter, sondern hier handelt es sich um einen Kampf des Baal gegen den wahren Gott, nämlich des Rassismus und Antisemitismus gegen die Religion, gegen Judentum und Christentum und Islam. Und deshalb sollen die Religionen nicht gegeneinander agieren, sondern gemeinsam gegen die wirkliche Gefahr. Und seine Überzeugung war übrigens auch, dass einen echten Frieden wird es nur geben, wenn es die Religionen gemeinsam schaffen, zu einer Lösung zu kommen, weil seiner Meinung nach zeigt eben sowohl der Erste als auch vor allem der Zweite Weltkrieg, dass alle säkularen politischen Ideologien sind gescheitert und der Nationalstaat ist gescheitert. Das wird nie zu einem echten Frieden in der Welt führen, sondern nur die Religionen können das durch ihre Erneuerung machen. Also eine sehr spannende Theologie und ich glaube natürlich sehr viel davon hat natürlich auch später, wie gesagt, sein Sohn Jakob Taubes auch durchaus mit aufgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn sozusagen der Zweite Weltkrieg auf der einen Seite eine Epoche war, in der natürlich in den meisten Ländern Europas kein Dialog möglich war, so war in manchen Ländern das durchaus ein Impuls zu einer ersten Kooperation zwischen Christen und Juden und zwar auf einer offiziellen Seite, also von Institutionen, von jüdischen und christlichen Institutionen und der Bildung von gemeinsamen Institutionen, nämlich eben zum Beispiel in der Schweiz oder in Großbritannien, wo sich dann eben in Großbritannien schon während des Zweiten Weltkriegs die Council of Christians and Jews gründet, also das heißt die erste christlich-jüdische Gesellschaft und in der Schweiz auch die christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft, direkt 1945. Das heißt also durch den Krieg, durch jüdische Flüchtlinge und die Flüchtlingszusammenarbeit, durch die gemeinsame Kooperation gegen den Antisemitismus hat sich hier also etwas gebildet, ein erster Spross sozusagen des echten Dialogs und Miteinanders zwischen Christen und Juden, also ausgerechnet in dieser unheilvollen Zeit. Auf der anderen Seite, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da war die Hoffnung wieder auf jüdischer Seite sehr groß, dass es jetzt zu einem Umdenken auch der Kirchen kommen wird und der Gesellschaft und das ist aber nicht passiert. Also das heißt der Antisemitismus ist in den Gesellschaften geblieben und die Kirchen haben erst einmal mehr oder weniger plus minus weitergemacht mit ihrer Position, auch vis-à-vis dem Judentum, die sie vorher hatte und hat hier auch keinerlei Schuld oder mit Schuld anerkannt an der Ermordung der Juden. Also das heißt, da waren sicherlich dann viele Rabbiner, es war wieder mal eine sozusagen, die Geschichte des Dialogs ist damit natürlich auch immer eine Geschichte der verpassten Chancen und Sie sehen auch, die Minderheit kann gerne Dialog haben wollen, so viel sie es will und sie hat da zu mehreren Zeiten, wie wir gesehen, am 18., 19. und 20. Jahrhundert die Hand ausgestreckt und hat das versucht. Aber solange die Mehrheitsgesellschaft kein Interesse hat an einem Dialog mit der Minderheit, kann die Minderheit wollen, was sie will, aber es wird eben nicht zu einem Dialog kommen. Und deshalb auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Katastrophe der Shoah, kam es erst einmal nicht zu einem Dialog, jedenfalls auf offizieller Ebene, nicht auf Ebene der Kirchen. Und das hat doch viele Juden auch enttäuscht. Ja, es gab natürlich christlich-jüdische Gesellschaften und Ähnliches, es gab Einzelpersonen, es gab Kreise, die sich dann gebildet haben, aber nicht sozusagen offiziell in der Lehre der Kirchen. Das hat natürlich erst noch gedauert. Und wie gesagt, deshalb gab es durchaus eine Reserviertheit und auch eine Zurückhaltung, was den interreligiösen Dialog angeht. Und wir lesen hier von Rabbiner Solovejcik, also das ist jetzt auch wieder Josef Dorf Solovejcik, der eben Urenkel von dem anderen Solovejcik, den wir schon hatten, der ein bisschen auch mit Ausdrück, der schreibt, auf der einen Seite, mit Freude stellen wir fest, dass in den letzten Jahren sowohl in unserem Land als auch in der ganzen Welt der Wunsch entstanden ist, nach einem besseren Verständnis und nach gegenseitigem Respekt innerhalb der großen Glaubensgemeinschaften dieser Welt zu streben. Die gegenwärtige Bedrohung durch Säkularismus und Materialismus und das moderne atheistische Negieren von Religion und religiösen Werten macht die harmonische Beziehung der Mitglieder der einzelnen Glaubensrichtungen zu einem immer dringenderen Anliegen. Also ja, er ist positiv dem interreligiösen Dialog auch gegenüber, aber es ist der inständige Wunsch des amerikanischen Rabbinerverbandes, dass jegliche interreligiöse Diskussion und Aktivität sich auf diese Dimensionen beschränken und von den Worten des Propheten Micha geleitet werden mögen, auch wenn alle Völker ihren Weg gehen, ein jedes im Namen seines Gottes, so gehen wir schon jetzt im Namen des Herrn, unseren Gottes für immer und ewig. Das heißt also, ja, wir können gewissen Dialog machen, aber eher im karitativen, im gesellschaftspolitischen Bereich, aber im theologischen Bereich, da bleibt jeder für sich und da ist das eigentlich nicht möglich. Jetzt darf man nicht vergessen, wir sind hier 1964, wir sind also noch vor Nostra Etate und es war auch noch nicht klar zu dieser Zeit, ob Nostra Etate in der katholischen Kirche verabschiedet wird. Das heißt also, auch die Judenmission war auch in den USA sehr aktiv und vielleicht nicht unbedingt von der katholischen Seite, aber auch vor allem eben von protestantischer Seite. Rabbiner Solovejcik war ja Rabbiner in Boston und New York und entsprechend sagt er, ja, gewisserweise ja, Dialog, aber eben eingeschränkt und nicht im theologischen Bereich. Trotzdem eben ist die Frage sozusagen der Kategorie, Kategorisierung des Christentums schon noch wichtig, jetzt in einer neuen Region, in einem neuen Player, nämlich dem Staat Israel. Das gab es vorher nicht, wir hatten Europa, wir hatten die USA, aber was ist jetzt mit Israel? Jetzt gibt es auf einmal einen jüdischen Staat, eine jüdische Mehrheit, eine christliche Minderheit in diesem neuen Staat Israel. Was passiert denn dort eigentlich? Was ist dort die Meinung der wichtigen halachischen religionsrechtlichen Autoritäten? Übrigens nochmal besonders im Staat Israel. Warum? Weil natürlich Götzendienst außerhalb des Landes Israel ist eine andere Geschichte, aber Götzendienst im Land Israel ist völlig inakzeptabel. Und da gab es die Anfrage an Rabbiner Jizrak Herzog, der Großvater des jetzigen Präsidenten des Staates Israel, Jizrak Herzog, ist übrigens nach ihm benannt, nach seinem Großvater. Er war erster Oberrabiner und er wurde angefragt, ein religionsrechtliches Gutachten über die Religion zu machen. Und er schreibt folgendes. So wie die Weisen sagten, dass Heiden außerhalb des Landes keine wirklichen Götzendiener sind, sondern sie lediglich die Bräuche ihrer Vorfahren beibehalten, so sind auch zeitgenössische Christen, sogar Katholiken, keine Götzendiener im Land im ursprünglichen Sinn des Begriffs. Vielmehr ist ihr Herz beim Himmel, obwohl sie den Widerspruch zwischen Monotheismus und Trinität nach ihrer eigenen Lehre nicht auflösen können. Warum die Katholiken, komme ich gleich dazu. Bezüglich ihres Gottesdienstes, also okay, sie sind jetzt also auf jeden Fall keine Götzendiener, das ist in Ordnung, aber was ist mit ihrem Gottesdienst? Was die Protestanten betrifft, ist ihr Glaube im schlimmsten Fall nur eine Sache der Hinzufügung zur Gottheit, also Schittuf. Und ihr Gottesdienst betrifft keine Statuen, sondern nur ein Kreuz, das eindeutig kein Gegenstand von Anbetung ist, sondern ein Symbol. Ja, also das heißt, das ist auch etwas einfacher, wie die Kirchen sind und da der Gottesdienst bei den Protestanten, weil wenn da nur ein Kreuz ist, maximal, manchmal gar nichts, ist das sehr unproblematisch. Doch selbst von den Katholiken, also deshalb ein bisschen der Sonderstatus mit den Katholiken, wissen wir, dass sie Statuen nicht als Gottheiten anbeten, sondern die darin befindlichen Personen verehren. Ja, also natürlich eine katholische Kirche ist dann eben für ein jüdisches Auge etwas schwieriger, wenn da Statuen und Bilder sind von Heiligen, vielleicht ja eben sozusagen auch von Jesus oder Gott selbst in der einen oder anderen Form oder Weise. Das ist natürlich viel problematischer, aber da sagt Rabbiner Herzog trotzdem, also selbst bei ihnen, wir wissen ja, das Kreuz ist eben nur ein Symbol, das wird ja nicht angebetet. Auch die heiligen Statuen werden nicht selbst angebetet, sondern sie sind auch nur ein Respekt dieser Person, die halt wichtig war in der Religion und wir wissen natürlich, wie es auch vorhin hier heißt, ihr Herz ist beim Himmel. Ja, also das heißt, das Gebet geht natürlich zu Gott. Das ist wichtig. Rabbiner Adin Steinsalz, weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben, also seine Werke auch über die Einführung des Talmuds sind sehr, sehr bekannt, wurden auch auf Deutsch übersetzt, ist ein ultraorthodoxer Rabbiner gewesen, jetzt auch vor einigen Jahren verstorben, ein ganz wichtiger Rabbiner, eine wichtige Autorität eben insgesamt in der Orthodoxie, aber eben auch gerade in der Ultraorthodoxie, also in diesem Bereich und der hat geschrieben im Artikel, einer der höchsten Grundsätze der noachidischen Gesetze ist der Glaube an den einen Gott. Sowohl der Islam als auch das Christentum erfüllen diese zentrale Forderung und ebnen den Weg für die jüdische Anerkennung dieser Religionen. Also das heißt, auch das Christentum erfüllt das und kann anerkannt werden. Und jetzt geht er weiter und sagt, aber was ist denn, um schwierige Fälle zu nehmen mit den indischen Religionen und den verschiedenen Arten des Buddhismus? Und da sagt er, nach den Maßstäben des jüdischen Rechts, nach den Maßstäben des jüdischen Rechts, wie es auf Juden angewandt wird, zählen Hinduismus und Buddhismus nicht als monotheistische Traditionen. Der wesentliche Punkt der noachidischen Gebote ist jedoch, dass die Standards des jüdischen Rechts nicht für Nichtjuden gelten. Radikal reiner Monotheismus wird vom Judentum nur von Juden erwartet. Die noachidischen Gebote hindern nicht jüdische Religionen nicht daran, weichere, komplexere und Kompromissformen des Monotheismus zu entwickeln. Unter den noachidischen Geboten ist es möglich anzunehmen, dass Hinduismus und Buddhismus im Prinzip ausreichend monotheistisch sind, damit moralische Hindus und Buddhisten durch das Tor der Nichtjuden in den Himmel treten können. Also er sagt sogar, nicht nur Islam und Christentum ist kein Götzendienst, sondern ist Monotheismus, sondern sogar Hinduismus und Buddhismus kann wahrscheinlich eben so gesehen werden. Natürlich auch in Bezug auf Meiri, der eben gesagt hat, es geht ja um die Werte auch, es geht um Ethik und Moral und um Regeln. Dann vielleicht noch zum Abschluss Rabbiner Chaim David Halevi, ein sephardischer Rabbiner in Israel, er war Oberrabiner von Tel Aviv Jaffo und er hat 1987 auch ein Essay geschrieben über Christen und er sagt, keine Christen sind heutzutage tatsächlich Götzendiener, wie es die Heiden waren, die der Talmud während der talmudischen Zeit verurteilte. Christen glauben an den Auszug aus Ägypten, die Erneuerung der Welt und an die Grundprinzipien des Glaubens. Ihre ganze Absicht gilt dem einen, der Himmel und Erde gemacht hat. Die gesetzliche Kategorie Götzendiener gilt nicht für Nichtjuden unserer Zeit und deshalb sind wir, selbst wenn Israel völlig souverän wäre, in keiner Weise verpflichtet, gegenüber zeitgenössischen Nichtjuden so zu handeln, als würde die Kategorie Götzendiener auf sie zutreffen. Positive Interaktion mit Christen in allen Facetten des Lebens sind Akte von Kiddush Hashem, Heiligung des Namens Gottes, die Israel auszeichnen. Ganz wichtiger Satz. Also der Dialog und die Interaktion mit Christen sind Akte von Kiddush Hashem, Heiligung des Namens Gottes, die uns auszeichnen, die uns Juden auszeichnen, wenn wir sie tun. Alle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden, ob in Israel oder in der Diaspora, ob in gesellschaftlichen Beziehungen als Staat zu seinen nichtjüdischen Bürgern oder in persönlichen Beziehungen, müssen mit Fairness und Integrität geführt werden und auf Grundlage der menschlichen ethischen Verpflichtung erfüllt werden. Also das heißt, es gibt eben eine grundlegende ethisch-moralische Pflicht allen Menschen gegenüber und die müssen wir natürlich entsprechend auch erfüllen. Und last not least, vielleicht wissen Sie, dass 2015 und 2017 gab es erste jüdisch-orthodoxe Erklärungen zum Christentum, einmal den Willen unseres Vaters im Himmel tun, hin zu einer Partnerschaft zwischen Juden und Christen von 2015 und zwischen Jerusalem und Rom von 2017. Die erste Erklärung 2015 als Reaktion auch auf Nostra Etate oder auf die Jubiläum, 50 Jahre Jubiläum, wurde von einer Gruppe von Rabbinern initiiert. Ich war da auch mit dabei, einer der Initiatoren und Autoren dieser Erklärung. Am Anfang waren wir 25 und mittlerweile haben über 100 Rabbiner dort auch unterschrieben. Und dann zwischen Jerusalem und Rom, sozusagen eine Folgeerklärung, wurde dann von dem europäischen und amerikanischen orthodoxen Rabbinerverband und dem Oberrabbinat von Israel gemeinsam herausgegeben. Also sozusagen wirklich, als man das ja bei uns schon sagen kann, eine Art autoritative, religionsrechtliche Verabschiedung. So ist es natürlich nicht. Ja, sowas gibt es nicht. Wir haben keine Bischofskonferenz, keinen Papst und keinen Konzil, aber ich denke, das hat schon einen sehr offiziellen Charakter, wenn das Oberrabbinat und die Rabbinerverbände da Herausgeber sind. Und da sehen wir natürlich auch, im Prinzip sind diese Erklärungen auch schon eine Art Theologie, Ansätze der Theologie des Christentums aus jüdischer Sicht. Und diese Diskussion ist natürlich jetzt am Laufen und geht immer weiter und wird auch durch die Verbesserung der Situation gerade in den letzten 10, 15, 20 Jahren, in denen sich der ganze Dialog nochmal intensiviert hat, auch stärker. Ich möchte einfach nur ein Zitat jeweils nennen, einmal von der ersten Erklärung von 2015. Wir möchten den Willen unseres Vaters im Himmel tun, indem wir uns angebotene Hand unserer christlichen Brüder und Schwestern ergreifen. Juden und Christen müssen als Partner zusammenarbeiten, um den moralischen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Wie Maimonides und Jura Levi vor uns erkennen wir an, dass das Christentum weder ein Zufall noch ein Irrtum ist, sondern göttlich gewollt und ein Geschenk an die Völker. Und aus der zweiten Erklärung zwischen Jerusalem und Rom, übrigens der Schriftführer war Rabbiner Arie Folger, vormals Oberrabbiner von Wien. Also hier ist auch eine österreichische Connection. Also Sie sehen, diese Erklärungen haben auch ihren Ursprung aus dem deutschsprachigen Raum, finde ich sehr schön. Da heißt es, trotz dieser grundlegenden Unterschiede haben einige der höchsten Autoritäten des Judentums erklärt, dass den Christen ein besonderer Status gebührt. Jedoch sollen diese Unterschiede der jeweiligen Lehre und der friedlichen Zusammenarbeit zum Wohl unserer gemeinsamen Welt und der Kinder des Noah nicht im Weg stehen. Also die werden auch als Noachiden hier bezeichnet, die Christen. Deshalb ist es erforderlich, dass unsere Glaubensgemeinschaften sich weiterhin begegnen, miteinander vertraut werden und das Vertrauen des jeweils anderen gewinnen. Trotz der unüberbrückbaren theologischen Differenzen betrachten wir Juden, die Katholiken als unsere Partner, enge Verbündete und Brüder bei unserer gemeinsamen Suche nach einer besseren Welt, der Friede, soziale Gerechtigkeit und Sicherheit herrschen möge. Und damit möchte ich gerne meinen Vortrag auch beenden. Ich habe jetzt schon viel zu viel geredet, glaube ich, und stehe natürlich gerne auch zur Diskussion und Fragen auch zur Verfügung. Vielen Dank.